Ich will zurück nach Westerland Der Autotune ist das 12.5. Falsche Tonart eingestellt Hi, ich bin Ali Neumann und ich bin hier bei Diffus im Autotune Interview Stay in, stay tuned, it's going to be funky Do me a favor, subscribe, like, comment, save, weil die leisten gute Arbeit Gib mir als allererstes mal bitte deine zwei Lieblings-Adlibs Skrr, krrr, brach Und meine ist immer Little sassy Ich hab gehört, dass du schon im Kindergarten-Fan von der Band echt warst Erinnerst du dich noch, was du damals geträllert hast? Meine Zeit wird kommen, Jahr 2010 Wenn wir uns wiedersehen Und du trägst keine Liebe Alles, sag mal, meinst du? Wow, das war ja... Bleiben wir gleich bei deiner Heimat Gibt's eine typische Nordfriesland-Hymne? Ich will zurück nach Westerland Der Autotune ist das 12.5. Falsche Tonart eingestellt Pistole auf die Brust Was ist dein absoluter Lieblings-Blues-Song? I went down to St. James in Farmway And saw my lady there She was stretched out on a long-way table And so cold, so sweet and so fair Maka, Blue Summit Auditube? Tu mir mal bitte einen Gefallen und sing einmal den Refrain von Banditen Gib mir die Demo zurück Und wenn ich sie nicht kriege Ach, köstlich! Ey, welchen Song hörst du, wenn du so richtig, richtig wütend bist und das Patriarchat einfach nur brennen sehen willst? Dann hör ich I'm just a girl for no doubt Auf jeden Fall Und rotz richtig ab Rotz mal richtig ab I'm just a girl So be a bitchy Ali, sing mal den Song, zu dem du immer Dry Humping im Auto machst My Anna kind of don't My Anna kind of nine Köstlich! Dann war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem Interview Aber, jetzt ist immer der Punkt, wo die Leute einfach gerne singen können Was sie schon immer mal auf Autotüren singen wollten Köstlich! Danke dir! Oh, das hört sich fast zu gerade an. Oh, das hört sich fast zu gerade an.